Was uns bewegt? Was uns antreibt? Was uns täglich unser Bestes geben lässt? Uns bei PulliPool bewegen Menschen und Möbel. Menschen, weil sie im Mittelpunkt unseres Schaffens sind und Holstermöbel, weil sie ein wunderschönes Produkt sind. Fünf Kernwerte bilden hierbei die Grundlage für unseren Erfolg und spiegeln sich in unserer täglichen Arbeit wider. Wertschätzung bedeutet für uns Respekt gegenüber unseren Mitmenschen. Und Vertrauen zu unseren Mitarbeitern. Im Umgang mit unseren Kunden, Handelspartnern und den Mitarbeitern steht Wertschätzung an erster Stelle. Es ist die Basis für eine erfolgreiche und respektvolle Zusammenarbeit und ein wichtiger Pfeiler unserer Unternehmenskultur. Diese Kultur zu pflegen und stetig weiterzuentwickeln, liegt uns besonders am Herzen. Wir begegnen einander auf Augenhöhe. Auf diesem Fundament bauen wir nachhaltigen Erfolg. Verantwortung bedeutet für uns Entscheidungen zu treffen, die von Nachhaltigkeit und Weitblick geprägt sind. Wir handeln verantwortlich und denken langfristig. Jede Entscheidung gehen wir gründlich an. Wir wollen es nicht nur anders machen als andere, sondern auch besser. Dazu zählen optimale Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiter. Ein Arbeitsumfeld, das viel Freiraum bietet und von Eigenverantwortung geprägt ist. Bei uns wird Teamarbeit gelebt. Gemeinsam erarbeiten wir innovative Lösungen. Eine offene Architektur mit modernen Büros und einladende Meeting-Points inspirieren zu einer agilen Kommunikation. Unser Polisportprogramm und eine gute Küche fördern ein gesundes Wohlbefinden. Bei der Auswahl unserer Lieferanten legen wir hohe Maßstäbe an deren Leistungsfähigkeit und die Qualität ihrer Produkte. Denn wir wollen unsere Position als einer der führenden Polstermöbelhersteller Europas nicht nur halten, sondern ausbauen. Design bedeutet für uns, kreative Polstermöbel bis zur Perfektion zu bringen. Polstermöbel von Polipol sind echte Wertarbeit. Individuell von Hand gefertigt. Alle Modelle und sämtliche Details werden in unserer Zentrale in Diepenau entworfen, getestet und verbessert, bis schließlich das perfekte Design eines Möbels entsteht. Kundenwünsche, Trends und neue Techniken lassen wir beständig in die Neuentwicklungen einfließen. Das garantiert innovative und langlebige Möbel. Perfektion in Form und Funktion. Mit Liebe gefertigt, durchdacht bis ins kleinste Detail. Qualität bedeutet für uns, auch höchsten Ansprüchen gerecht zu werden. Polipolmöbel werden in handwerklicher Tradition hergestellt, unterstützt durch innovative Technik. Unsere Produktionsstandorte in den osteuropäischen Ländern sind die modernsten unserer Branche und wegweisend in Sachen Effizienz und Qualität. Mit großer Präzision und Leidenschaft realisieren unsere gut ausgebildeten Fachkräfte die hohen Qualitätsansprüche an unsere Polstermöbel. Aus diesem Grund werden hochwertige Materialien verarbeitet. Ausdauernde Schäume und die von Polipol ausgewählten Bezugsstoffe garantieren Möbel, die unseren Kunden für viele Jahre Freude bereiten. Wirtschaftlichkeit bedeutet für uns, zielorientiert und effektiv zu handeln, damit wir auch die Zukunft gestalten können. Polipol ist ein im besten Sinne konservativ geführtes Unternehmen mit moderner Ausrichtung. Trotz des stetigen Wachstums bleiben wir unseren mittelständischen Wurzeln treu. Wir sind Inhaber geführt und gestalten unsere Zukunft unabhängig. Das schafft Stabilität, Kontinuität und sichert unser Wachstum für die Zukunft. Was uns bewegt? Was uns auch in Zukunft antreiben wird? Wir haben unsere Antwort gefunden und leben sie täglich. Menschen und Möbel. Dafür steht Polipol. Wir sind bei Dr. bom. Okay. Weisen wir uns dazu in Bezugsstoffen.